Servus, grüß euch, hier ist euer Franz. Ich möchte euch den Linzrad 422 vorstellen, der kostet 9.000 Euro und kostet überhaupt keinen Cent im Unterhalt, weil er schon so alt ist, glaube ich. Und der ist übernommen worden von Landwirtschafts-Simulator 2011 ins 13er und jetzt haben wir ihn auch bekommen fürs 15er. Wie man sieht, er sieht schön gebraucht aus. Mal starten und mal schauen, ob er auf den Rang springt. Ah, jetzt Angang. Schwere Geburt. So. Licht funktioniert. Blinker gehen nicht. Nein, geht keiner. Na ja, mal getanzeichen, hat man früher auch gemacht. Reifenstaub macht er. Aber er legt keine Spuren. Mal überstellt ich das oder so. Ein paar Spuren legt er keine, aber damit kann man leben. Aber er macht einen schönen Abgas. Strahl macht da. Kommt da mal. Schöner Huss raus. Mal passt gut. Mir gefällt er. Ich sage, super gemacht. Ich sage, Dankeschön fürs Zuschauen. Schaut nichts mehr wieder rein. Ich sage, Servus, grüß euch, euer Franz.